Hello und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war vor, ich glaube, drei Tagen im DM und habe nochmal ein paar Kleinigkeiten eingekauft, denn ich war morgen früh in Urlaub und ich dachte, ich zeige euch einfach meine Einkäufe und wir machen so einen kleinen, entspannten DM-Haul, das ist auch nur wenig, aber vielleicht gefällt es euch. Also, hier drin befinden sich alle Sachen. Und ich versuche, da jetzt mal leise reinzugreifen. Als allererstes habe ich erstmal ganz normale Basics besorgt. Und zwar eine Zahnbürste, damit ich meine elektrische Zahnbürste nicht mitnehmen muss. Hier habe ich einfach eine ganz normale Künstliche von dir, die in einem Leidmarker. Hier habe ich so eine Zahnbürste. Dann habe ich natürliche Pestzahnbürste. Da habe ich mir die Ural Made, ach Quatsch, Udul Made 3. Das wird überhaupt was mir abgenommen. Die White in China, die habe ich, glaube ich, auch schon mal in groß benutzt und die finde ich ganz gut. Ich nehme immer mit Whitening-Effekt, da ich ganz, 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 ganz viel Kaffee trinke. Von daher brauche ich das unbedingt. Sonst wird es nicht mehr schön. So, dann habe ich noch eine weitere Mini-Größe. Und zwar Duschgel. Da haben wir das Nivea Duschgel. Und zwar Creme Soft, ganz klassisch. Da dachte ich, kann man mal wieder so ein bisschen Kindheitseränderung fängt. Und zwar haben wir hier die Sundance von der DM-Eigmarke. Oder, das ist die DM-Eigmarke. Und zwar haben wir hier 50. Denn ich bin, wie man bestimmt schon so oft gesehen hat, weiß wie eine Wand. Ich brauche das unbedingt. Und diese ist speziell, ähm, oder ideal für, na, so, dieses Ideal für Gesicht und Dekolleté. Und ich hoffe, die fettend dann nicht so, genau, nee, nicht fettend. Das ist, äh, auf jeden Fall gut. Und, ja, also die Glühser habe ich noch, Moment, so ein kleines Balea-Mini-Rasierer oder so ein Treppel-Reise. Also, es gibt von Balea den Fantastique-Rasierer in einer normalen Größe und dann eben den Fantastique-Pocket. Und das ist dieser, hab ich mir ja gedacht, kann man ja mal ausprobieren. Hier wird auch nochmal gezeigt, dass man die ganz normalen Klingen dafür verwenden kann. Und, äh, ja, der hat eben auch noch ein bisschen, so, ähm, Klingen, ja, nicht Klingenschutz, sondern so ein Klingenbegleiter. Also, Aloe Vera Streifen, dabei, oh, die sind auch noch mit Vitamin Hefa-Sitz, weiß nicht, ob man das braucht, aber eben so ein bisschen pflegend, damit die auch nicht so gereizt wird. Und, also, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, der ist gut, weil der war, ich glaube, der kostet knapp 5 Euro. Und, der ist natürlich so eine Art Tube zu dem von Essence, die Quatsch von, wie heißt das noch? Gillette, genau. Die Gillette Venus-Rasierer. Und, der Pocket hat, ich glaube, 7,55 Euro gekostet, mit einer Klinge. Und, dieser hat 4,95 Euro mit einer Klinge gekostet. Also, ja, bin ich mal sehr gespannt. Dann, hab ich, ähm, oh, dann hab ich was Neues ausprobiert. Und, und zwar hab ich hier so, einmal, von Ebelin, hab ich hier, Erworschungstücher. Und zwar, Moment, die sind einzeln verpackt. Und, die kann ich dann nämlich mit ins Handgepäck nehmen und muss irgendwie nicht so, diese kleinen, durchsichtigen Fläschchen mit den Flüssigkeiten haben. Äh, da hab ich nämlich ganz Lust zu, weil wir fliegen, glaube ich, nur 2,5 Stunden. Da brauch ich nicht alles ins Handgepäck gestoppt. Genau, einmal die. Und, und, dann hab ich noch was anderes mitgenommen, weil die sind ja jetzt eher fürs Gesicht gewesen. Und, dann hab ich mir noch mitgenommen. So, Balea. Die Deo-Tücher. Die sind dann auch in den Zusatz von Alkohol. Und, ja, das find ich auch sehr interessant, weil ein bisschen Deo dabei haben ist vielleicht nicht schlecht, falls doch nicht alles so mitkommt. Und, und, der Flugtuch anstrengend ist. Dann nehm ich mir aber ein, zwei raus. Nicht die ganze Packung mit. So. Dann hab ich noch, ähm, ein paar Masken mitgenommen, denn im Urlaub soll's einem ja gut gehen. Und da hab ich einmal eine Maske, die ich noch nicht kenne, beziehungsweise die Sorte kenne ich noch nicht. Und zwar sind das diese Tuchmasken von Garnier. Okay, und ich hab noch noch ein Reifen-Event drauf. Äh, die kenn ich schon. Die fand ich sehr gut. Das ist, äh, ne, 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 ne. Und zwar soll die eben ganz viel Feuchtigkeit spenden. Und, ich finde aber, ähm, was auf jeden Fall gut an den, äh, Tuchmasken ist, dass die unglaublich kühlen. Und wir fliegen in die Sonne. Also, ist so eine kühlende Maske bestimmt super schön. Gerade wenn man den ganzen Tag in der Sonne liegt, dann, ähm, wird die halt ja so trocken. Dann kann man die gut drauf tun. Und bei der Maske ist der Schwerpunkt eher, ähm, dass sie entspannt ist oder sie ist mit Lavendel. Und, äh, ich stehe total auf Lavendel. Von daher dachte ich, oh, die muss ich sofort ausprobieren. Ich hoffe, die riecht auch gut. Schön lavendelig. Genau. Und dann wollte ich noch eine andere Trennmaske gerne ausprobieren. Weil wie ihr vielleicht in meinem anderen Video gesehen habt, hatte ich hier unten natürlich ein paar Pickelchen. Sieht man kaum Gesicht. Und dann trotzdem Pickel, oh, wie alt war ich gleich? 25. Genau. Und dann habe ich mir diese Bolle hier, ähm, Soft and Clear. Steht auch drauf, ja. Soft and Clear Maske mitgenommen. An die Pickel Peel-Off Maske. Und das ist, ähm, ja, so eine Aktiv-Kohle-Maske, wie man sie oft im Internet sieht. Und dann habe ich gleich zwei davon. Und nicht nur für die, ähm, nicht nur für das Gesicht habe ich Masken mitgenommen, sondern auch noch eine für die Haare. Und zwar habe ich von diesen Pröbchen, die, Mensch, eine Maske, Apfelblüte, nennt die sich eine Frühlingssagur. Und die ist einfach nur so ein normales und trockenes. Und, ja, einfach mal ausprobieren. Hatte von Super Super schon öfters welche und fand die eigentlich immer ganz gut. Macht ja auch schon mal gucken. Nicht wirklich. Okay. Und eine Sache habe ich noch. Und die habe ich extra euch und mich gekauft. Weil eigentlich brauche ich das nicht. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Einen Pinsel. Und zwar einen Stippel. Stippel, Stippel, Stippel. Moment. Komm schon. Ein Stippling-Pensel. Wie cool ist das denn bitte? Ja. Das sieht total stippelig aus. Und damit machen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Video. Lasst uns den mal eben rauspacken. Ich finde den so schön, sowieso. Oh, hier ist der, hier ist das gute Stück. Und der sieht halt so stippelig aus. Das kann die Kamera gar nicht fokussieren. So, mehr dimensional wirklich. Oh, der geht richtig tief in den Mikrofon rein. Das hört man richtig krass. Und was haltet ihr von so einem Stippel, 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 Stippel. Und dann kann ich das bestimmt auch mal eine Viertelstunde. 20 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde machen. Lachen. Und dann, Stippel, Stippel, Stippel. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen Brushing. Ein bisschen Stippel, 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 Stippel. Sorry, dass der Haul irgendwie nur so mini war und ein bisschen langweilig vielleicht. Aber irgendwie hatte ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich wollte ich gar kein Video mehr filmen, aber dann wollte ich das doch so gerne. Auch wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe und jetzt nur noch drei Stunden schlafen kann. Oh, oh. Oh, oh. Oh, okay. Macht das gut, meine Lieben. Wenn ihr das Video seht, bin ich eigentlich auch schon wieder aus dem Urlaub da. Und, ähm, ja. Falls ihr ein paar Urlaubsfotos sehen wollt, könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Vielleicht lässt sich da ja was arrangieren. Gute Nacht, meine Lieben. Schlaft ganz wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.